Hallo Leute, ich wollte euch nur schnell Bescheid sagen, dass wir morgen einen kleinen Livestream machen. Und zwar wollten wir zwischen 15 Uhr und 17 Uhr mal wieder ein bisschen Project IoT streamen. Wollten mal ein bisschen weiter in Richtung Rektag gehen. Vielleicht auch noch, keine Ahnung, ob Crazy irgendwas vorbereitet hat, noch mal ein bisschen Weltkraft. Aber ich jetzt mal, er hat schon wieder seine Pläne. Ich hab jetzt schon Angst. Auf jeden Fall, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Link ist in der Videobeschreibung und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und dann würde ich sagen, tschüss.